Ich bin wüsstig eigentlich gar nicht so schlecht, aber der neue Lärplan, der geht mir so auf den Fiss. Der ist ja alles verdreht. Die ganze Zeit am Spinnen. Da haben wir noch so einen komischen neuen Lehrer, den keiner kennt und der alle hasst. Der Lärplan ist einfach ein GIF, das er die ganze Zeit dreht. Alter. Da muss ich zugehen, das ist wenn ich auch außer irritierend. Ja. Das hat mir ein richtiger Amstieren. Ich weiß, was du nicht schaffst. Ein Ace in B4. Nein, das gar nicht. Ein Ace in Regen im Sex habe ich auch nicht geschafft. Das habe ich auch noch gar nicht gespielt, also gefühlt nicht. Gar nicht. Also schon ein bisschen, aber nicht viel. Gar nicht. GIF. Ich bin an Tesla, die ist dahin. Jetzt kommt John Finant Jakob expected. Ab in군, Infantry. Da ist Alter Schildos. John Schildos. Wow, Jonathan Schildos! Alarm. Ich bin jetzt mein Christianor, da heißt ich von an Jonata. ja eigentlich soll das Jonathan Senior heißen haha Europa limitiert geil limitiert no no jetzt hab ich nur ein Kibill gekriegt hab aids 23 rezen bei Noritz verpistig mit am Schild halt wie gesagt das ist so fucking overpowered äh die sind aber auch gleich verdammt scheiße das musst du mal zugeben nein die sind überpowered in Top und Heckler und Kaum und Qualitätsware aber ich bekomm so viele Hinten auch gar ja wenn wir mal down gehen ich würde euch retzen er stirbt mal arbeite dran nehmt jetzt jemand gestorben aber und siehle los 3 2 er ist wieder gestorben eben er wird ja mal erklärt nur er hat er war die Lüte über die Fresse gekriegt als ob ich sie nicht gerettet habe hast du nein schade weil es mutig oh Gott Europa limitiert achtungen limitiert 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 oh 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 ich renne einfach weg renne einfach run weg das ist die Sonne die Sonne die Sonne ah die Sonne ich will du du gate du werten du den zu der war die auf er hat mich durch ich habe hier mal mit meiner SMLB getötet ich habe Hitmarker bekommen für meine SMLB nicht die Ruhr war die Mitglieder die Wettel Europäer wird die ganze Zeit in dem ich würde genug die umgekehrt beheiratet bei mir präger mit dem abkürtel und er wurde er habe nicht hier ist ein jahr präger mit mehr die müssen wir mal wieder prägt weitergekehrt erfolge ich habe mich nicht aber gestolpert ich weiß nicht mal warum ich gestorben bin, ich hatte volle HP ne, weil du gestolpert bist ich hab's genau, ich hab's oft gesehen ja, das sah richtig schlecht aus ja, das sehe ich mit den Landenwirbern nur einen Kill? Welche Enttäuschung das ist nicht die Landenwirben ja, ich hab'n Usas Flirr rr geööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö in der Hand am Controlling ein Elding aber alles er ist auch vorher so wird das nicht nur 20 bringt überhaupt niemandem was doch dann leben vielleicht aber nur 100 Rätsel wenn das eine höhere Wahrscheinlichkeit das Leben ja wenn es noch nicht mehr passt, wenn es noch nicht mehr in die Zeit reingeht ja ich bin doch gerade erst gestorben gesonnen komm mal! ich war gerade hinter den feindlichen Linien, ne? ich hab so viele Kills gemacht was ist krass das ist krass wir sind gleich mit der feindlichen Linien, oder? wir sind immer noch hinter den toll Danke für das über schnelles helfen was? besser links holen da unten das ist gut wo die da kommen viele alarm ich mach mich ab du hebst ab ich hab keine ammo mehr mann ganz so nix alleine völlig unselbstständig ich hab ein dickes rohr da schiebe ich erstmal was wollen ja und ich habe einen brenner damit kann ich Leute zusammen lösen ein Bounsenbräuner ich weiß ja nicht ob man sich damit unbedingt freuen sollte wer sagt denn überhaupt Salarium jeder sagt Münz-Mallorca Salarium Dallas Münz-Majorca ähm Highlight ich Merle regelt Alter Ich vallei ich habe einen Vortrag von ihm richtig gut du hast klärvissen 20 Wörter gesagt Zero ich habe dich auch nicht gestresst sollst du Kennen wirなる AC Usually Weißt du solche gestressten Vorträge, ne? Wer will denn so was? Eine schöne, entspannte Geschichte hören. Hey, why is this made? Du, Nuretz. Oh. Was ist denn Charles, Meld? Oh, das hast du. Ich war übrigens tot. Du, äh. Alter, wie viele Granaten kommen da gerade? Hau dich gleich spänken. Glaub alle. Oh, Mephisto hat mich gekillt. Ich repariere dich. Ich repariere. Ich repariere. Alter, ich wurde von Mephisto gekillt. Wie gut. Das ist natürlich schon toll. Ich repariere. Und schnabuliere. Alter, Mephisto rostet richtig aus. Und kopiere. Alter, kopieren ist auch voll krass. Alter. Und Mikrofiltriere natürlich. Alter, einfach alles. Ein richtiges Toronto-Talek. Mhmmm. Wenn nicht diese Taste drückt, passiert einfach gar nichts. Wow. Ja. Das ist das Rechner, geht dann aus. Tschüss. Wenig diese Taste drückt, will ich jetzt wieder durchsingen. Wenig diese Taste drückt. Komm wieder, Mephisto. Das ist mit dem, Mann, das ist konservativ. Ja, fistet dich wohl richtig. Null. Ich glaube, ich gehe jetzt mal nach unten, also das ist das, das, äh, äh, positionsgesehen, äh, im Spiel. Das ist nicht gut. Das sieht gar nicht gut, dass wieso verlieren wir D? warum hab ich den Gegner gekillt? weil die bei D sind achso eliminiert das kann ich nicht erklären du musst du musst dieser Mann sein der richtig drop ist und gut hey ich bin gespawnt auf einmal hab ich Hitmarker gekriegt dann hab ich immer noch geworfen glaub ich hab Mac ist das schon fast wie ein COD ich hab nicht mal geschossen ist das Problem ich weiß nicht was geschehen ist egal weil D sind mega viele weiß nicht das ist so ein komischer AK-416 Mensch wieso macht man einen Schalldämpfer auf die AK-416? das ist richtig schall und ich hab noch keinen tollen Sound ähm gehts dir gut? kann ich bei dir spawnen du bist im G-Feld ja meine AK-416 ist völlig überpowered schon muss das wohl sein hab ich von hinten geschossen oh 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 meine Woche leuchtet soll ich dir einen Tipp geben wenn niemals gegen die Wand während du gleichzeitig eine Noob Tube gegen dieselbe Wand liest sonst passiert das ist euch die Map gefallen bist euch die Map gefallen bist euch die Map gefallen